Sehr schön, dass ich jetzt auch beim Autotest-Video mich gar nicht in Schale schmeißen muss. Ich kann also hier in Trainingsklamotten kommen. Das hat natürlich seinen Grund. Und zwar möchte ich jetzt mal dahin gehen, wo der Hyundai i30 eben herkommt. Und zwar ins Fitnessstudio. Ich behaupte, ich weiß ein bisschen was über Autos. Aber ich kenne jemanden, der weiß noch viel mehr über Fitness als ich. Auftritt Chris, der Fitnesstrainer vor dem Herrn. Servus. Seit 25 Jahren kennen wir uns und der Chris ist auch der einzige Mensch, der mich knechten darf. Und Gott sei Dank hat er heute Zeit und Lust mit mir zusammen das Auto zu knechten. So, ich bin ausgepowert. Gehe jetzt erstmal in die Dusche und dann raus zum Auto. Bist du bereit? Genau, ich bin bereit. Wunderbar. Das ist der Hyundai i30, den kennst du ja auch schon. Und das ist jetzt die Sportversion der Turbo 186 PS. Ich werde dann nachher das Auto auf Herz-Tornieren prüfen. Du bist heute bitte mal der Fahrspaßminister. Und checkst einfach mal, was die Fitnesskurse gemacht hat. Gut, jetzt schauen wir mal, was er kann. Er sieht sportlich aus. Anfühlen tut er sich auch. Recht sportlich. Fahrwerk finde ich angenehm. Nicht zu hart. Also es steckt auch mal ein bisschen was weg. Man kann auch angenehm fahren noch. Und die Kraftkur hat ihn auch bekommen. 186 PS, 1,6 Liter Turbo. Ja, also er hat schon Dampf. Wobei, das ist jetzt kein Supersportler. Aber man merkt schon, dass da gut was gemacht wurde. Mal gucken, ob du kuppeln kannst. Ja, probieren wir es mal. Jetzt setzt mich natürlich unter Druck. Aber probieren wir es einfach mal. Schauen wir mal, was er kann. Kuppeln kann er. 15,80. Ja, ist okay, oder? Ja, ist okay. Okay, mehr nicht. Nicht weniger. Okay, nee. Die Optik, finde ich, die passt. Die Grundlagenausdauer ist gut. Man kann auch ein bisschen was machen, was viele nicht so auf dem Schirm haben. Das ist die Beweglichkeit, die Geschicklichkeit. Und die schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Ich bin ganz unten an das mit Recht. Wir sind nämlich, nein, nicht beim Petjob Boys Konzert. Aber jetzt weiß ich, was der Chris mit Geschicklichkeit gemeint hat. So, das mit dem Slalom war jetzt natürlich ein Spaß. Er hat gezeigt, er ist nicht der agilste. Also an der Fitness kann man noch was machen. Schichtwechsel auf dem Fahrerplatz. Chris ist entlassen. Er muss weitere Kunden sportlich trainieren. Und ich beschäftige mich weiter mit dem Hyundai i30 Coupé und schaue mal, wie viel Spaß er mir macht. Los geht's. 186 PS Turbomotor, wie gesagt. Das Auto ist ein, ja, schon sportlicher, sagen wir mal dynamischer Kompakter. Jetzt nicht die Rennmaschine. Also wer jetzt irgendwie vom Golf GTI zum Beispiel umsteigt, wird eher enttäuscht sein. Aber schauen wir halt einfach mal, was das Auto auf der Autobahn so möchte. Leider, wie man hört und sieht es natürlich, heute strömende Regen, überall Tempolimitiert. Also beschränken wir uns mal so auf den Durchzug. Ich kann aber aus Erfahrung berichten. Also er geht so bis 220 Tacho. Das ist jetzt, ja, auch okay. Wie gesagt, ist nicht die Rennmaschine für die erste Startreihe, sondern einfach ein dynamisches Auto. Nicht unbedingt der Tankstellen oder Auto-Quartett-Schreck. Das Fahrwerk ist relativ straff abgestimmt, hat aber auf jeden Fall noch genügend Komfort. Also stuckert nicht so sehr. Der hoppelt auch nicht. Also es ist echt eine ganz angenehme, wie wenn man sich vielleicht so einen neutralen Nike-Free-Tourenschuh oder sowas vorstellt, den man wirklich eng um den Schuh bindet, um ein bisschen laufen zu gehen. So passt es hier auch. Aber es eben, bleiben wir beim Thema Laufen, kein Sprinter, sondern es geht voran. Gerne auch eine längere Strecke. Wobei der Tank dann auch recht zügig leer ist, denn wir fahren das Auto heute den ganzen Tag nicht unter 10 Liter. Super auf 100 Kilometer. Bisschen nass ist das Auto. Nach dem Fitness-Check darf man ja auch schwitzen, ganz klar. Das liegt aber zum einen an der trotz schlecht wettergerade durchgeführten Autowäsche. Ich will euch ja kein Dirty-Video zeigen. Und auch am strömenden Regen draußen. Das Draußen-Drehen jetzt leider nicht mehr möglich machte. Und deswegen bin ich umso mehr froh, dass eine Autowerkstatt hier selbstlos ihr Tor geöffnet hat, damit ich im Trocknen und vor allem im Hellen und in einer ganz coolen autogerechten Umgebung drehen kann, um den Hyundai i30 jetzt einmal genau von außen und innen anzuschauen. An der Front hat der i30 seit dem Facelift diesen bei Hyundai heißer Hexagonal-Kühler-Grill, also eine große Maske, die hier gerade bei vielen Autoherstellern ganz stark im Trend ist. Bei der Turbo-Version, der eben den Sportler raushängt, sehen wir hier einen breiten Chromrahmen und schwarze Lamellen. Unten drunter diese rote Leiste. Das sieht schon zusammen mit den LED-Lichtstreifen unter den Scheinwerfern durchaus gewollt, böse und angriffslustig aus. Der klassische dreiterrückige Kompaktwagen, der war ja gestern. Mittlerweile fällt sowas entweder ganz aus dem Programm oder es gibt ein sportiver, zugeschnittenes Coupé, was dann nicht unbedingt billiger verkauft wird als der Fünftürer. Das macht für die Autohersteller so ja auch Sinn, weil der Dreitürer in der Fertigung natürlich extra Kosten verursacht. Und nehmen wir mal Beispiel, Audi A3 kaum im Auto verkauft wird, so ist es leider. Also kann man mit so einer Höherpositionierung hier natürlich einen Teil der höheren Kosten wieder reinholen. Beim Hyundai E30 ist es auch so, er wirkt durch die hochgezogene Gürtellinie hier im Fenster deutlich flacher als der Fünftführer, breitere Säule hinten, was ja gedrungen und sportlich aussieht. Leider einen entscheidenden Nachteil hat, hinter diesem großen Blechhaufen hier verschwinden also ja nicht nur tote Winkel, sondern ganze Massengräber. Beim Abbiegen ist hier durchaus schon mal der Fall vorgekommen, dass ein ganzer Transporter, den siehst du einfach nicht und da musst du echt höllisch aufpassen, auch wer hinten sitzt, fühlt sich recht eingeengt, aber das ist eben der Preis der Schönheit in den Augen vieler. Mit diesem unpraktischen Dreitürer-Element muss man einfach leben können oder sich einfach für den Fünftürer entscheiden, den gibt es auch als Turbo, dann hat man eine größere Fensterfläche. Hinten wiederholt sich die rote Zierleiste ganz unten an diesem Diffusor, den sie dem E30 unter das Heck geschraubt haben, links und rechts die großen Endrohre, wirken auch sehr sportlich und sorgen eben für einen guten Abschluss. Der Sound daraus, wie beim Fahren schon gesagt, ist jetzt nicht unbedingt der allerwildeste, muss er aber auch gar nicht sein. Das Heck sieht kraftvoll aus, auch mit diesen Rückstrahlern, unten, die im Stoßfänger eingelassen sind und macht optisch durchaus Laune. Chris, der Fitnesstrainer hat ja vorhin gesagt, auf die Gelenkigkeit kommt es auch an und deswegen kraxel ich jetzt mal auf die Rücksitzbank vom Coupé. Natürlich nicht Paradedisziplin eines solchen Autos dann noch mit mir als große Person, deswegen kauft man es nicht, aber natürlich möchte ich es ausprobieren. Hier mal einen Gurtbringer, der vor allem für Menschen, ich würde sagen, unter 1,580 sehr hilfreich ist, weil die Tür echt brutal lang ist, dass man hier an den Gurt kommt. Also klappen wir den Sitz mal nach vorne und tschüss. So, ihr seht mich nicht mehr, aber ich sitze drin und es durchaus mit ausreichend Platz, wie gesagt, die Fensterlinie engt ein Subjektiv schon sehr ein, genügend Beinfreiheit vorhanden im Rahmen der Möglichkeiten eines Kompaktautos, alles wunderbar. Schick sind die Sitze mit dem Leder an den Wangen und diesem Neoprenartigen Stoffbezug innen Rot- und Dunkelgrau. Noch dazu sind sie sehr bequem, bieten auch ausreichend Seitenhalt. Die Sitzwangen sehen nicht nur so aus, sondern halten nicht wirklich fest drin. Sitzkomfort 1A. Nicht ganz so happy bin ich mit der Haptik der verbauten Kunststoffe. Das ist schon alles ziemlich hartes Plastik und sieht jetzt nicht ultra hochwertig aus. Das sieht man vor allem auch in der Tür rund um die Fensterheberschalter. Das ist recht kratzempfindlicher Kunststoff und einfach einfache Schalter. Die natürlich gleich ihre Funktion erfüllen und wenn man jetzt sowas kritisiert, wie ich es gerade tue, muss man sich natürlich auch immer den Preis des Autos vor Augen führen. Und damit kommen wir zur Abrechnung und zum Fazit. Was kostet eigentlich das Coupé des Hyundai i30 Turbo? 23.150 Euro. Da setze ich mich mal. Das ist nämlich echt ein Schnäppchen. Wenn man sich überlegt, das ist ein vergleichbarer Opel GTC, dann aber mit 200 PS, weil den gibt es mit 180 PS zwar auch, aber nur als Automatik knapp über 26.000 Euro kostet. Der erklärte Mitbewerber VW Scirocco mit 180 PS kostet 26.700 Euro. Sogar der Konzernbruder und Plattformbruder Kia Proceed dann aber auch mit über 200 Pferdchen kostet 25.000 Euro. Also es ist wirklich ein faires Angebot und der Testwagen in diesem Caramel Orange Metallic lackiert, so heißt die Farbe, zusammen mit dem Navigationssystem mit Rückfahrkamera und einem Technikpaket ist dann schlüssellosen Zugang und anklappbare Außenspiegel beinhaltet. Kostet so, wie er hier steht, laut Liste 25.750 Euro. Dafür ist das Auto echt ein faires Angebot. Man muss natürlich wissen und das findet man spätestens bei der Probefahrt vor dem Kauf raus, dass es eben nicht die Rennsemmel ist, die die Optik vielleicht verspricht, sondern einfach ein dynamischer Kompaktwagen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ich persönlich finde, dass Hyundai in der nächsten Generation dieses Setup in einer bisschen weniger krawalligen Version durchaus bringen sollte. Das Fahrwerk auch auf keinen Fall weicher machen, sondern gerne so hart oder sagen wir sportlich lassen und obendrauf kann man dann noch ein Endperformance-Modell mit deutlich über 200, warum nicht gleich 220 PS setzen. Den Test zu diesem Video mit vielen Fotos und noch mehr Gesülze gibt es wie immer bei mir am Blog auf www.autonotizen.de Wenn ihr das Video mögt, liked es. Wenn ihr es nicht mögt, disliked es und kommentiert es im Positiven wie im Negativen. Ich bin natürlich auch gerne für Kritik offen. Und ihr abonniert meinen YouTube-Kanal, das würde mir sehr helfen. Und ich bedanke mich nochmals bei euch fürs Zuschauen, bedanke mich auch bei der Firma Auso Trostl in Nörtingen bei Freisingen, die mir hier ja eine Zuflucht vor schlechtem Wetter gegeben hat und ich hier in der Werkstatt drehen durfte. Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Video von autonotizen.de. Dankeschön. Ciao.